Herzlich willkommen zu des Reviews dritter Teil bzw. der letzte Teil des Bauberichts und dann insbesondere mein Fazit zum großen Eiffelturm, der jetzt, wo ich das hier einspreche, inzwischen auch erhältlich ist für 329,99, hat 10.001 Teil. Dieses eine Teil ist ja bekanntlich der Teile-Trainer und was wir im letzten Teil gesehen haben, das war der Teil bis sozusagen zur zweiten Aussichtsplattform. Die haben wir jetzt hier. Auch hier wieder haben wir ein paar graue Würstchen, die so ein bisschen da die Außenfassade verschönern sollen und dann geht es jetzt höher hinaus und zwar mit einer, was hat mich fast ein bisschen überrascht, das hatte ich beim Modell, als ich das das erste Mal gesehen habe, gar nicht so mitgekriegt, dass hier die Bautechnik ein bisschen wechselt. Also bis dahin, das habe ich ja nur schon mehrfach gesagt, wiederholt sich es doch sehr mit den Streben, alle Seiten und dann mit der entsprechenden Bautechnik. Hier ist es jetzt ein Tick anders, wie man hier sieht. Da sehen wir auch jetzt gerade wieder die Aufzüge in gelb und rot. Leider wieder nur aus ganz wenigen Teilen einfach nur so rangeklickt. Da ist also keinerlei Funktion, nichts, was wirklich hoch und runter fahren würde. Das ist eher so markiert. Damit das Ganze dann auch außen ein bisschen aussieht wie ein Eiffelturm, kommen dann diese Verstrebungen ran. Das ist also jetzt diese etwas andere Art, wie die vier Seiten bestückt werden. Hier sieht man es, da sind jeweils dann auch diese Verstrebungsandeutungen, die sich ein Tick anders bauen. Aber auch hier wieder wird es mit Dauer ein wenig eintönig. Das wiederholt sich doch heftig, wie wir hier auch sehen. Und man muss die auch teilweise ein bisschen da reinfummeln. Das geht. Also man muss jetzt auf jeden Fall einigermaßen versuchen, dort die dann auch auszurichten, damit es dann auch symmetrisch aussieht. Und das ist jetzt der oberste Teil. Also auch der ein bisschen schmaler gehalten, aber ähnliche Bautechnik wie bei dem Element davor. Auch hier werden wir gleich sehen, neben den Aufzugsteilen, die da wieder nur rangeklickt sind, haben wir dann gleich, gleich kommt es glaube ich auch wieder, diese, hier sehen wir es, diese Verstrebungsteile, die da reingemacht werden. Vorhin waren das noch so Klappteile aus zwei Elementen. Hier ist es dann eins, ist ja auch alles viel schmaler. Und hier war es auch so, dass man sie etwas, ja, man muss die schon etwas zusammenlegen, damit sie denn da auch in die Lücke passten. Bei den ersten Versuchen dachte ich, hä, soll das da wirklich rein? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Nee, man muss sie eben richtig hinlegen, hätte ich beinahe gesagt, damit das Ganze, diese Teile, genau was ich da in der Hand habe, damit das da auch relativ exakt dann reinpasst. Es wirkt dann aber tatsächlich gut. Also es hat dann tatsächlich einen sehr schönen, detaillierten Verstrebungsscharme. So, jetzt ist es auch auf allen Seiten entsprechend. Dann noch das Ganze zusammensetzen mit vier Platten, die das zusammenhalten. Oben müsste man es dann noch ein bisschen austarieren, damit es auch gerade geht. Und ja, dann kommt schließlich und endlich noch die Spitze. Und die ist tatsächlich dann ein bisschen abwechslungsreicher gebaut. Da haben wir jetzt auch tatsächlich diese Fenster, die man da sieht, die sollen wohl das Zimmer von Herrn Eifel darstellen. Also, wenn ich das richtig verstehe, eben das, was wir jetzt ja als GWP in größer dann dazu bekommen haben, ohne dass man da drin jetzt tatsächlich diese Verstrebung auch sieht, also diese Säule. Naja, da kommt der Sendemast dann noch drauf und oben schließlich noch die gebaute französische Flagge. Klar, bei dem Set sind ja auch keine Aufkleber. Dann ist das auch gebaut. Das passt dann auch. Dadurch hat er auch noch ein bisschen Höhe gewonnen. Dadurch ist er jetzt auch höher, als er ursprünglich 1900 bei der Fertigstellung bzw. bei der Weltausstellung dann tatsächlich aufs Tableau bzw. in die Höhe brachte. Da sind ein paar Meter dazugekommen, da oben. Bei dem Sendemast ganz lustig noch, dass da die Henkel von den Eimern dann mit verbaut werden. Und ja, auch hier inzwischen ja fast schon lame sind sie dann wieder die Würstchen. So, und dann gilt es, das Ganze zusammenzusetzen. Grundplatte mit erstem Stock. Dann kommt schon mal, da sehen wir es, die erste Aussichtsplattform einfach draufgesetzt. Dann diese Elemente, da kann man theoretisch beides noch auseinandernehmen. Wenn man die vier Platten wieder wegnimmt, dann kann man das ganz gut auch wieder sogar in zwei Teile setzen, was ich da habe. Da sieht man ein schlechtes Auge, ein bisschen zu weit nach links, aber das muss man einfach so ein bisschen selbst hinruckeln. Dann passt das schon. Ja, leicht, leichter Bogen. Aber als letztes dann schließlich noch die Spitze. Das ist wie beim Weihnachtsbaum. Da kommt dann ja auch der Höhepunkt zum Schluss. Und hier wird es jetzt auch sein. Kleines Teil, große Wirkung. Zack, jetzt noch eine Kerze drauf. Und schon sieht es tatsächlich ein bisschen aus wie ein Weihnachtsbaum. Da kommen wir gleich noch zu, zu dem Thema, weil das Ding lässt sich, glaube ich, ganz gut dahingehend auch zweckentfremden. Gerade jetzt, wenn man keine Weile nicht weiß, wohin damit. Jo, und schließlich haben wir hier auch noch dann einmal das GWP, dann nochmal der Beweis. Nein, das passt nicht mal ansatzweise da rein. Also das war jetzt auch irgendwie zu erwarten gewesen. Ja, das, nee, da unten könnte man es reinlegen. Aber, sagen wir mal ehrlich, das sieht nicht aus. Und damit sind wir jetzt endlich beim finalen Fazit angekommen. Und damit endet auch die graue Woche hier in der Klemmbaustein-Lyrik. Die nächsten Folgen werden deutlich bunter. Da gehört ja auch nicht viel zu. Und das Wort Eiffelturm wird auch deutlich seltener kommen. Aber ich wollte doch zumindest nochmal sagen, was ich denn nun eigentlich von diesem Set insgesamt halte. Ich habe sehr viele Details schon gezeigt, habe ein bisschen was über die Geschichte, auch des Eiffelturms selber gesagt. Habe erzählt, dass man hier versucht hat, ja auch verschiedene Epochen zusammenzubringen. Von der Anfangszeit unten bei der Platte hinauf dann eben zum eher heutigen Stil, den das Ganze dann darstellt. Und, das kann man sicherlich festhalten, es ist ein absolut beeindruckendes Bauwerk. Also nicht nur das Original in Paris, sondern auch das jetzt hier auf dem Tisch. Und jeder, der es kauft und irgendwo dann fertig gebaut hinstellt, wird sicherlich das ein oder andere, uh, ah, und das ist Lego, dann zu hören bekommen. Bis dahin ist der Weg meines Erachtens allerdings ein bisschen steinig. Nämlich deswegen, weil doch, und ja, das war von Anfang an die Vermutung und es hat sich beim Bauen auch bestätigt, das Ding baut sich sehr wiederholend. Und das sind insbesondere diese Säulen, die alle vier Seiten natürlich haben. Und die vier Seiten sind sehr, sehr ähnlich. Es wird das Gerüst gebaut, dann auch die Verstrebung dazu. Da nochmal, 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 da und da. Überraschenderweise, ganz oben gab es ein bisschen Abwechslung. Das Teil baut sich anders und er ist richtig spitze. Und da ist man allerdings auch dann sowieso schon so im langen Atem. Das ist wie beim Marathon, dass man dann so auf den letzten Metern ja dann sowieso die zweite Luft bekommt. Aber tatsächlich gibt es immer wieder Phasen, wo es dann bautechnisch auch durchaus mir Spaß gemacht hat. Also hier gerade so bei den Platten zum Beispiel, also diese Aussichtsplattformen, die Grundplatte, da ist sowieso sehr schnell man durch, außer dass diese Pflanzenteile ich immer nicht so gerne baue, aber das ist eine spezielle persönliche Angelegenheit. Aber dazwischen, wie gesagt, sind immer wieder Phasen, wo sich zieht und wo auch teilweise sehr viele Einzelteile immer gleich gebaut werden. Also es gibt manchmal Phasen, wo wirklich hier so Verstrebungen oder Einzelteile sind. Da steht dann 100 und so und so viel Mal bitte jetzt hier nacheinander bauen. Da haut man natürlich auch was weg, aber wenn ich das alles eben auch vergleiche mit sozusagen dem Referenzmodell aus meiner Sicht, und das ist die Titanic, dann ist das eben ein ganz anderer Schnack, wie wir hier oben sagen würden. Sprich, hier eher teilweise Baukampf, also schon ein bisschen, dass es sich zieht. Bei der Titanic war es von vorn bis hinten, obwohl sich die Abschnitte ja natürlich wiederholten, irgendwie ein großer Spaß und hat einfach Lust gemacht. Und vor allem liegt es vielleicht auch bei der Titanic mit da dran. Es ist nicht alles nur grau, okay, aber dass dort auch viele interessante kleine Details drinstecken, von denen man sich auch ein bisschen überraschen lassen kann, bis hin zum Inneren, wo dann dieser kleine Poolbereich ist, das Restaurant und so weiter, bis zum Maschinenraum und auch das Deck und so. Viele, viele Sachen, die man auch beim Bauen dann dort entdeckt. Davon ist hier so gut wie nichts, außer vielleicht diese Aufzüge, aber die sind so einfach gehalten. Da ist hier unten eben so vier, fünf Teile, dann drei Teile jeweils für den Aufzug da und dort oben. Das war's. Das als wirklich jetzt Highlight dann zu verkaufen, würde ich jetzt mal mich nicht trauen. Erst recht, weil die ja nicht funktionieren. Also die fahren nicht hoch und runter, auch hier oben. Also ich finde, man hätte viel mehr kleine Details einbauen können. Gar nicht jetzt detailliert im Sinne von, man muss es sofort erkennen, aber detailliert im Sinne von, dass man, wenn man es weiß, sich freut und sagt, ach ja, das ist ja das. Erst recht, wenn man vielleicht schon mal auf dem Eiffelturm auf war. Erst recht hier oben, da hätte man auch durchaus ein bisschen noch was mit dem Zimmer. Da könnten ja Mikrofiguren rein oder Nanofiguren rein können. Da hätte man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, so einzelne Teile, die dann die Tapete darstellen, vielleicht darstellen, machen können. Hier ist ja eigentlich noch ein Restaurant drin. Hier ist eigentlich noch so ein Kino beziehungsweise ein Veranstaltungsraum. Das ist alles hier nicht mal angedeutet. Und auch die Aufzüge sind so einfach gehalten, dass ich das eigentlich sehr, sehr schade finde, dass man sozusagen auf diese kleinen Details, die finde ich für mich unheimlich viel, eigentlich auch dieses Spaßes und das, was man vielleicht nachher nicht mehr sieht, aber der Begeisterung über ein Modell hier eben nicht alles, was bei der Titanic von vorn bis hinten eben doch der Fall ist. Und ja, die Titanic kostet nochmal 50 Euro mehr. Okay, aber das macht bei diesen Preisen, glaube ich, dann auch nicht mehr ganz den Kohl jetzt fett. Und so gesehen. Und es gibt auch hier ein bisschen, also bei der Titanic hatte ich, glaube ich, null Frustmomente. Hier waren sie bei diesen Teilen hier. Also wenn man die anbringt, die auch beim Original tatsächlich nicht tragend sind, sondern eben nur so eine Verzierung, dieser Bogen mit dem da drüber, das anbringen, an einer Stelle ist immer so ein bisschen hakelig, ist viel bei mir wieder ab, da muss man es wieder neu machen. Es wird gehalten immerhin mit hier durch diese Verstrebung oder durch diese kleine, diesen Kabel, hätte ich beinahe gesagt, das da dann drin befindet und das ein bisschen hoch hält. Aber man sieht auch, ja, es wackelt ein bisschen und es löst sich ja an einigen Stellen dann auch immer mal wieder. Hier ist jetzt wieder einer ab. Daran liegt es vielleicht auch, dass es wackelt. So, und der ist jetzt wieder fest. Ja, schon wackelt es weniger. Ja, also da muss man immer mal gucken, wo sich hier vielleicht was löst. Das ist ansonsten aber schon relativ stabil. Also ich kann jetzt hier durchaus wackeln und es wird nicht viral, das Video. Also selbst hier so die oberen Teile, ja, also das wackelt ein bisschen hin und her, aber das ist okay. Okay, also da sollte man jetzt nichts gegenlehnen und eigentlich ist es noch meine großartige Idee, die nicht von mir ist, sondern ich habe sie über Stein auf Stein gesehen, daraus einen Weihnachtsbaum zu machen. Aber mal sehen, ob das überhaupt was wird, weil ja, so in sich hält es sich, aber viel ranhängen und da jetzt noch Gewicht drauf geben, würde ich nicht. So, jetzt ist es unten auch stabiler tatsächlich. Da war jetzt dieses eine Teil, was ich da gelöst hatte. Und man muss natürlich so ein bisschen gucken, dass hier diese Einzelteile so auch in die richtige Lage gebracht werden. Die verschieben sich gern mal, da ist hier mal wieder was, das können wir mal nach vorne machen und so. Also ja, da ist Feinjustierung dann noch für das finale Erlebnis dann zu erwarten. Aber was auf der Haben-Seite ist, ist natürlich ein wirklich beeindruckend großes Set. Also das macht was hier. Erst recht, wenn mein Sohn daneben steht, der kleiner ist. Hm, 1,50 Meter ist was. Und das aus Lego. Also wer sozusagen wirklich das ultimative, groß, große Erlebnis haben will, im Sinne von großes Set, der ist hier natürlich richtig aufgehoben, der stellt sich jetzt die Titanic nicht senkrecht hin. Das ist mir natürlich auch klar. Aber ich finde, man hätte ein paar Teile durchaus hier noch cooler machen können, um dann auch zwischendurch noch ein bisschen mehr an interessanten Sachen drin zu haben. Coole Bautechnik, ja, also wie die Strachebungen, da hat man aber auch einmal erlebt. Und danach zieht es sich ja dann auch durch. Ansonsten ist da nicht viel Erlebnis. Also dass jetzt hier die Würstchen immer wieder aufklauen, das haben wir bei anderen Sets inzwischen auch schon gehabt. Also das ist jetzt hier bei diesem Set sicherlich nichts überraschend, wo man jetzt sagt, boah, das hat es ja noch nie gegeben. Ja, da oben sind so ein paar Kleinigkeiten, die dann, ja, diese Henkel da zum Beispiel, die wir auch im Making-of sozusagen hier gesehen haben, Baubartagebuch von den Eimern. Ja, okay, aber hm. Und was ich finde, was auch so ein bisschen schade ist, ist eben hier, ich glaube, noch nicht mal die Farbunterschiede, weil die, finde ich, sie gehen so im Grau unter. Also da muss man schon wirklich sehr gute Augen haben und das Licht muss genau so fallen, dass man das sieht. Also bei bestimmten Bau, habe ich ja gezeigt, Bauabschnitten, wenn man das Licht von oben hatte, war es deutlich zu sehen. Jetzt hier bei dieser Beleuchtung sieht man es fast gar nicht. Was man aber sieht, sind diese Angussstellen, also da, die natürlich technisch bedingt sind. Aber man kann es ja trotzdem leider sehen, dass hier sozusagen wie so kleine Flecken sich das dann an diesen Eimern mit Klammer hochzieht und man das eben hier auch sieht. Und da, vielleicht muss man es schon mal schleifen oder sowas, aber das ist leider hier außen zu sehen. Bei vielen anderen sind die innen, das ist dann auch völlig egal, aber hier bei diesen Teilen, da und hier und hier, da ist es eben doch recht deutlich zu sehen. Wenn man natürlich einen Meter weg geht, und das dürfte man in der Regel sein, dann ist es nicht mehr zu sehen. Und man muss auch zugeben, wenn man es nicht weiß, also wenn man nicht explizit hingeguckt hat, wird es einem vielleicht auch nicht sofort auffallen, aber es kann. Also das will ich auch nicht verhehlen. Und man muss auch so ein bisschen gucken, da gucke ich ja mal selber, dass man das gute Teil auch richtig ausrichtet. Also das ist auch nicht schief. Man kann hier durchaus so ein bisschen wackeln, sodass es gerade an dieser Stelle auch gerne mal eine leichte Schieflage kriegt. Also das muss man auch so ein bisschen austarieren. Das geht aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, hat man das, glaube ich, ganz schnell hingekriegt. Hingebogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Schade, wie gesagt, dass da so ein bisschen die Details fehlen. Und ansonsten ist es das, was man kriegt. Also das ist wieder so schön einfach eigentlich. Wer sich sagt, das ist mir 630 Euro wert, und es ist erstmal nicht damit zu rechnen, dass es so großartig irgendwo Rabatte geben wird, kann es geben. Ist nicht ausgeschlossen, ist aber zumindest bei der Titanic nach einem Jahr noch nicht der Fall. Beim Kolosseum, nach meinem Wissen, gab es das auch bisher noch nicht. Großartig woanders. Aber kann natürlich. Dann, ja, kriegt man, wie gesagt, genau das, was man hier sieht. Und hat dann auch das stehen. Und muss sich dann auch überlegen, und das ist wahrscheinlich auch die große Frage, nicht nur das Geld, sondern wohin damit. Und die Frage stelle ich mir jetzt auch. Also tatsächlich überlege ich, ob das jetzt den Weihnachtsbaum ersetzen kann. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wenn ich es mache, dann werde ich davon sicherlich ein bisschen was berichten und zeigen. Und ansonsten, ja, muss man mit dieser Grundfläche, die ja so 60 mal 60 fast ungefähr hat, die Höhe ist ja noch nicht mal meistens das Problem, aber die Grundfläche, das dann da irgendwo unterzubringen, auf dem Tisch, da ist der Tisch dicht. Und außerdem, ja, natürlich, man kann ein bisschen wackeln, aber zu viel würde ich jetzt, das ist dann schon ein bisschen unangenehm, glaube ich. Also, nee, das sollte schon so einen festen Platz haben, vielleicht auch auf dem Erdboden, dann passt das schon. Aber dann sieht es vielleicht auch gerade nicht mehr ganz so aus. Also, überlegt euch das lieber, ob euch das das wirklich wert ist. Da ist es bei der Titanic, man merkt, ich bin absoluter Titanic, also zumindest was das Modell bei Lego angeht, Titanic-Fan. Das passt bei mir wunderbar auf den Sims, weil das eben überragen kann, links und rechts, weil nur die Ständer da feststehen müssen. Der Rest kann ein bisschen reinragen. Das passte bei mir zumindest perfekt. Bei dem Teil, ja, weiß ich es noch nicht. Vielen Dank an Lego auf jeden Fall für das Rezensionsexemplar. Vielen Dank, dass ihr so lange bis hierhin mit dem Review durchgehalten habt. Und jetzt wird es bunter in nächster Zeit. Und da freue ich mich persönlich auch drauf. Es war auch, auch wenn ich zwischendurch, das will ich ja nicht verheben, auch durchaus spaßige Momente beim Bauen hatte, dann irgendwann auch einfach so, dass ich einfach froh war, damit fertig zu sein. Und ja, mich jetzt zumindest auch darüber gefreut hat, muss ich aufzugeben, dass meiner Frau ein Oho entlockt wurde, als sie das Ding gesehen hat. Ich glaube nicht, dass es dazu führt, dass sie es dann bei uns im elterlichen, älterlichen, also wir als Eltern von unserem Sohn, aber im familiären Schlafzimmer unterbringen kann. Und ich glaube auch, mein Sohn hätte durchaus Möglichkeiten, den Eiffelturm zum Einsturz zu bringen. Und dann gerade läuft keine Kamera. Das ist dann immer das Ärgernis. Wenn eine läuft, hat man die Klicks. Ohne hat man nur den Ärger. Das war's. Was sagt ihr denn dazu? Ihr habt schon so viel geschrieben. Wer noch irgendwas hat, was er sagt, das hat er noch nicht und in den anderen Videos geschrieben, gerne dazu schreiben. Ansonsten sehen und hören wir uns bald wieder. Es war mir eine Freude. Bis bald dann. Wackel, wackel, wackel. Und... Na? Na? Und... Tschüss! Und...